Er ist nicht alleine. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabruskaya und wir haben Moskwin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Druck für chemische Verteidigung in der Nähe an die Union machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Grunde zu erschöpfen. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitzki, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten Kappen versucht ins Territorium der Kanse einzubrechen. Wir könnten Moskwin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Moskwin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Moskwin! Was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korvuts Händen. Und während er redet, kreisen Korvuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach! Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Kornejev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Gott, hoffentlich klappt das. Der größte Versteilung der Reichstümer in der Kammer hat unsere Differenz beigelegt. Daher habe ich befohlen, dass Operation Eldorado abgebrochen wird. Lang lebe das Reich. Und um das offizielle Protokoll zusammenzufassen, erteile ich dem Anführer der Roten Linie, dem Genossen, und dieser Sport. Wir machen uns. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei den Kleinen. Klar, Genossen. Es soll Frieden herrschen. Im Namen unserer Kinder. Sie sind ein Lügner. Komm, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen? Schaffen Sie diesen Mann weg. Ranger, wegtreten. Artyom, Kleiner, ihr seid dran. Artyom, Kleiner, ihr seid dran. Genosse Moskvin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater, über die Bedrohung, die Sie darstellen, und über Wege, Sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass Sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass Sie ihn stürzen werden. Tja, er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, Sie müssen zuerst zuschlagen. Maxime, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Was? Was? Einsteig! Maxime, Bruder, ich muss mich auf dem neuen Plan. Ich bin ja so erfreut, dass wir uns nicht mehr vertreten. Ich bin ja so erfreut, dass wir uns nicht mehr vertreten. Lass mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch. Entschuldige. Was? Was mache ich? Vorlaut? Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich. Packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbut's Schande fällt... Das Ende. Aber Sie sind der Abführer. Befehlen Sie es Ihnen. Rufen Sie die Treppen zurück! Hier können wir nichts mehr machen. Beheilung! Schneller! Was für... Zum Bahnsteig! Sind Sie... Verdammt, ich werde die Sechs nicht aufgeben. Mir noch! Ich habe ihn verletzt! Ich habe ihn... Und das ist ein Augenblick! Ich habe ihn nicht mehr verletzt! Ich habe ihn nicht mehr… Ich habe ihn nicht mehr verletzt! Es wird schlecht für alle, wenn ihr verliert, dann muss ich's retten. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte. Und jetzt geht er, um sein Fakt zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Okay, Leute. Ich mache hier noch... So, okay, Leute. Ich mache hier noch einmal einen Cut. Und dann gehen wir zum großen Finale. Also, ich gehe jetzt mal von aus, dass das jetzt ist. Ähm, die Story, ja, die Rote, wie sie sich ja nennen, haben das alles schon sehr, sehr lange geplant. Und, ja, ein Korkut, der hat das wirklich perfekt geplant, alle an seiner Stimme tanzen lassen. Und jetzt ist man da, wo man ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's, würde ich mal sagen, von einem großen Finale. Also, würde mich jetzt überraschen, wenn es jetzt noch... Aber ich glaube, da sind wir jetzt bald da. Und was für ein Ende wir haben, ich weiß es nicht. Also, ich bin da... Ich würde mal sagen, so 50-50 würde ich das jetzt mal nennen, wie unser Ende... Wie das Ende ausgehen könnte. Okay. Wie das Ende ausgehen könnte.